Hi und hallo, Track 17 Feature Nummer 25 mit Albert Koch und Christopher Hunold. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Ach du Scheiße, hörst du das? Ich hab's gehört, ja. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Albert, ich glaube, ich hab irgendwo falsch draufgerückt hier in unserem Aufnahmeprogramm. Ich glaube, wir sind nicht mehr im Jahr 2022. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen umdenken. Warte, ich guck mal kurz aus dem Fenster. Oh fuck, es ist 1977. Ach du Scheiße. Oh nein. Könnte das denn nur passieren? Mist. Ich meine, die Zeitreise regeln, was Musikpodcasts angeht. Ich schlag das gerade mal nach. Mist, Google funktioniert nicht mehr. Gibt's wohl noch nicht. Warte, ich schlag das mal gerade nach hier. Okay, hier steht, wir müssen uns quasi wieder zurück in die Gegenwart podcasten. Das heißt, wir müssten jetzt Track 17 von 1977 an bis ins Jahr 2022 zurückcasten, um die Zeit einzuholen. Und dann können wir wieder in die Gegenwart. Ach du Scheiße. Puh. Meinst du, das kriegen wir hin? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Okay. Das wäre natürlich ganz cool. Aber ich glaube, wir tricksen die Zeit ein bisschen aus. Ich habe einen Vorschlag. Wir machen das so. Wir springen mal so alle fünf Jahre immer. Von 1977 an über 82, 87, 92, 97, 2002, 2007 und 2012. Und dann würde ich sagen, Track 17 gibt's ja jetzt seit fünf Jahren. Das heißt, 2017 haben wir ja schon aufgenommen. Das können wir uns sparen. Und dann sind wir wieder im Jahr 2022. Und ich glaube, eine Platte pro Jahr reicht auch, die so ungefähr rauskam. Also wir simulieren mal so ein bisschen, als hätte es Track 17 in den jeweiligen Jahren gegeben. Und ich glaube, das müsste reichen. Dann sind wir wieder da. Sollen wir das mal probieren? Eine hervorragende Idee. Das probieren wir mal. Dann probieren wir das gleich mal direkt aus. So, Albert, es ist Sommer 1977, wie es aussieht. Über welche Platte müssen wir jetzt sprechen? Ich spreche über das Album Magic Fly, der französischen Synthesizer-Band Space. Das war das Projekt des Musikers Titier Marouani. Und der Titelsong Magic Fly war ein Monster-Hit in ganz Europa. Der war in England auf Platz zwei, in Deutschland auf Platz eins. ist ständig im Radio gelaufen. Die waren zu Gast bei den wenigen Musiksendungen. Und das ist auch der Grund, warum die Band nie so ganz ernst genommen worden ist von der Elektronik-Community, wenn es um die Wurzeln der zeitgenössischen elektronischen Musik geht. Und was noch zum Nicht-Ernst-Nehmen beigetragen hat, in ihren Videos sind Space in Raumanzügen und mit Raumfahrerhänden aufgetreten. Und man war erst 20 Jahre später bei Duff-Funk bereit, Helme als Ausstattungsmerkmal von Elektronik-Musikern anzuerkennen. Ich finde nicht nur den Single-Hit sehr gut, ich finde das ganze Album gut. Es bringt so den kosmisch-experimentellen Charakter der damaligen Synthesizer-Musik mit der Tanzbarkeit von Disco zusammen. Die Musik ist funky, melodiös, neigt aber auch zu barocken Arrangements. Und wenn man jetzt Space nicht unbedingt zu den Vorläufern von House allgemein zählen will, dann muss man sie auf jeden Fall zu den Urahnen von French House rechnen. Ich glaube, dass das Album sehr vielen Musikern aus dem Ed-Banger-Umfeld als Inspirationsquelle gedient hat. Vor allem im Debütalbum von Justice, das exakt 30 Jahre später erschienen ist, ist sehr, sehr viel von diesen Space-Arrangements zu hören. Erscheinen wird, ne? Wir müssen jetzt mal davon ausgehen, dass das 2007 so stattfinden wird, ja. Aber ja, es ist, ich blätter mal so die Charts durch, ich habe hier gerade aktuelle Magazine liegen. Das kam auf Platz 1 der deutschen Charts, dieses Album. Wie konnte, also es ist, finde ich, heute fast unvorstellbar. Kannst du das so ein bisschen einordnen, wie viel dieser Musik es 1977 gab, sag ich jetzt mal, oder gibt? Und warum das zu diesem Zeitpunkt so eine Zeit hatte, kam das so ein bisschen auch dadurch, dass das Disco so eine große Nummer war? Aber das ist ja in weiten Teilen ja ein instrumentales Album, bis auf der letzte Song hat er eine Stimme. Ansonsten ist es ja alles diese instrumentale TV-Shows, Space Funk, Captain Future meets Roboterhelme-Musik. Wie konnte diese Musik so erfolgreich sein? Also es ist ja gar nicht wertend gemeint, ich finde es sehr faszinierend, aber wie sah das vor 45 Jahren aus? Es ist 1977 tatsächlich losgegangen, dass elektronische Musik langsam Mainstream-kompatibel geworden ist. Nicht nur durch Space, auch durch Jean-Michel Jarre und sein Album Oxygen und der daraus ausgekoppelten ersten Single, die war genauso ein Hit und war auch instrumental und nur Synthesizer, Gequacker. Und ich glaube aber, dass die Leute das, was du schon erwähnt hast, als Disco-Musik missverstanden haben. Und Disco war da, ich glaube, Saturday Night Fever, der Film, ist noch nicht in den Kinos, kommt aber im Herbst. Und ich glaube, die Leute waren da sehr, sehr bereit für Disco-Musik und denen war das egal, mit welchen Mitteln die erzeugt wird, mit Synthesizern oder mit traditionellen Instrumenten. Du hast Daft Punk erwähnt, das musste ich mir auch direkt aufschreiben. Ich finde nämlich das tatsächlich interessant. Wir hatten ja unser Daft Punk-Special und haben dann ja auch über Random Access Memories gesprochen. Ein Album, was ja auf eine Art sehr clean und funky ist. Ich finde aber, wenn du jetzt Magic Fly von Space ein bisschen abschrummen würdest, dann sind da Tracks drauf, die könnten so auch auf dieser Platte erscheinen. Und ich finde, es kommt wirklich nicht von ungefähr, dass Daft Punk so ein bisschen glamourösere Versionen des Äußeren von Space später dann in ihrer Karriere aufgreifen sollen, mal so formuliert. Das kommt echt nicht von ungefähr. Das ist echt, das ist faszinierend. Und wo wir bei noch nicht im Kino laufenden Filmen sind, angeblich, ich meine, der Film wird gerade gedreht, Magic Fly soll auch auf dem Soundtrack des nächsten Jackie Chan Smashers die Schlange im Schatten des Adlers drauf sein. Also was für eine wahnsinnige Verbindung. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Den gucken wir uns an. Wenn wir hier rauskommen, oder wenn nicht, dann gehen wir ins Kino nachher und gucken uns den an. Ich glaube, das hat schon mal geklappt. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen weiter. Meine Haare sind ein bisschen lockiger geworden. Ich glaube, wir sind jetzt im Jahr 1982 angelangt. Und da, in diesem Jahr, möchte ich sehr, sehr gerne über ein Genre sprechen, beziehungsweise über ein Album, was ich sehr schätze. Cold Wave und Minimal Wave. Das ist so die Musik, die für mich diese Zeit der frühen 80er auszeichnet, wenngleich sie es sehr, sehr schwer hat, was größere öffentliche Anerkennung angeht. Das ist so Musik zu einer Zeit, in der die Maschinen so laufen lernten, in der ja auch diese Synthesizer-Maschinen, sage ich mal, auch vielleicht ein bisschen erschwinglicher waren. Das heißt, wenn du diese Musik spielen wolltest, musstest du nicht dein ganzes Haus damit vollstellen, sondern es wurde langsam ein bisschen kompakter und zog dann auch in so, ja, punkigere, vielleicht auch poppigere, vielleicht auch gothigere Richtungen ein. Ich möchte über das Album New Mexico von Oppenheimer Analysis sprechen. Das ist das einzige Album dieses Projektes, das 1982 auch nur über Kassette vertrieben wurde, bis es dann, so mutmaßig mal, in mehr als 30 Jahren von einem Label namens Minimal Wave aufgegriffen wird und neu gesequenzt dann auch immer auf Platte erscheinen darf. Das ist ein sensationelles Album meiner Meinung nach. Das ist ja so schwarz-weißer von jeder Farbe, also so schwarz-weiße von jeder Farbe, so getrennte DIY-Musik, eben vertrieben und verteilt nur über Keller und Kassetten. Und 1982 ist wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr dafür. Es gibt eine Weltplatte meiner Meinung nach von der Band Garefrois aus Frankreich, die die gleichnamige EP rausbringen werden, auf der Demain Berlin drauf ist, einer meiner absoluten Lieblingssongs, ein Inselsong, wenn man so will. Und 1982 erscheint sehr, sehr viel dieser Musik. Und meistens ist es so, dass ein paar dieser Songs auf diesen Kassetten was taugen und dann später dann Heimat auf Compilations finden werden. Aber selten ist es so, dass wirklich ein Album wunderbar für sich komplett funktioniert und jeder Song ein Hit in Anführungszeichen ist. Und das ist New Mexico von Oppenheimer Analysis. Ein Duo bestehend aus Andy Oppenheimer und Martin Lloyd. Die haben sich vor drei Jahren, 1997, also zwei Jahre nach unserer letzten Aufnahme, bei der World Science Fiction Convention in Brighton getroffen. wurden sehr gute Freunde und haben eine gemeinsame Leidenschaft, zum Beispiel für Human League Soft Cell, aber auch für David Bowie und alte Science Fiction Filme. Denn Andy Oppenheimer hat viel Zeit seines Lebens damit verbracht, auch Science Fiction Geschichten zu schreiben und kommt so ein bisschen aus dieser Ecke, liebt auch Comics aus der alten Zeit. Und man hört das, wenn man möchte, in den Lyrics auch zum Teilen, dass es da viel auch um Sachen wie den Kalten Krieg geht, dass es auch um viele Dinge wie Atombomben zum Beispiel geht, was man so gar nicht meint. Und das sind so viele Dinge, die, ja, glaube ich, auch aus so einer Industrial Ästhetik kommen, die auch auf dieser Musik so ein bisschen, ja, so ein bisschen mitmacht. Und ich weiß, dass viele dieser Platten leben so ein bisschen davon, so sehr roh und wild zu sein. Diese hier weiß aber um ihre absoluten Killermelodien inmitten all dieser, ja, so von Sci-Fi-Film und Synth-Pop gelernten Tracks. Und Devils Dancers ist für mich so ein absoluter Überhit, den, glaube ich, jeder mal gehört haben muss, wenn nicht gleich schon das ganze Album Radiance. Das ist auch so ein Wahnsinns-Track, der auch schon so ein bisschen in dieses Maschinen-Funky-Reihen driftet. Kannst du allgemein mit solcher Musik was anfangen und hast du die auch außerhalb dieses 1982, 1982 gerne gehört? Ja und ja, aber ich habe von Oppenheimer Analysis noch nichts gehört. Aber ich bin froh, dass ich jetzt immer noch im Jahr, in dem das Album erschienen ist, sie zum ersten Mal gehört habe. Dieses Album ist zuerst auf Tape erschienen, ich glaube, in einer Auflage von 500 Stück. Das ist also eine eher undergroundige Veröffentlichungspolitik. Und die Musik finde ich aber nicht sehr undergroundig. Also es erinnert mich sehr an zeitgenössische Wavepans wie The Human League, teilweise Cabaret Voltaire und auch die frühen Deppesch Maud. Und man hört dem Album schon die Lo-Fi-Produktion an, was mich überhaupt nicht stört. Also ich schätze mal, dass so in 40 Jahren jeder mit seinem Personal Computer professionelle Musikaufnahmen machen kann. Aber heute, 1982, ist das natürlich noch nicht möglich. Was ich eigentlich sagen will, ist, das Album hat für 1982 ein wahnsinniges kommerzielles Potenzial. Es passt nicht nur dieses minimal waveige, dunkle Ambiente, sondern auch die Songs. Und ich glaube, wenn es in einem richtigen Studio mit einem richtigen Produzenten aufgenommen worden wäre und es nicht im Eigenvertrieb veröffentlicht worden wäre, sondern von einem richtigen Label, dann hätte die Band richtig groß werden können. Das ist halt eigentlich im besten Sinne so typische Outsider-Musik. Leute, die vielleicht wenig, also Martin Lloyd hat eine musikalische Vergangenheit gehabt, Andy Oppenheim halt gar nicht. Wie gesagt, der ist halt Autor, die haben sich getroffen und über ihre gemeinsamen Interessen haben sie dann gesagt, komm, wir machen mal Musik. Ich weiß, wo ich textlich hin will. Du kennst dich ein bisschen mit den Maschinen aus. Wir gucken mal. Und dann hat Andy Oppenheim auch so eine wahnsinnig markante Stimme, die ja auch erst mal nicht direkt einem Geschlecht wirklich zuzuordnen ist und singt dann dieses leicht nöhlige Verträumte über diese Synth, diese analogen Synth-Maschinen-Musik. Und ja, das hat sehr, sehr großen Poppypeel, wie so viele Musik aus dieser Zeit, die aber natürlich überhaupt nicht hat nach oben kommen dürfen. Und wir haben das ja oder werden das in den nächsten 30 bis 40 Jahren ja genauso hören, dass es immer wieder Musik kommt, die einfach nicht nach oben durfte, wenngleich sie das Potenzial dazu gehabt hätte. Und dann sieht man auch mal wieder, wie ernüchternd das ist, wie viel dann letzten Endes auch so was wie die richtige Zeit und der richtige Ort und das richtige Label und Marketing ausmacht. Weil diese Musik hätte gerade solche Tracks wie Radiance oder Devil's Dancers. Das muss eigentlich ein Club-Hit hoch 10 sein. Das ist einfach fantastisch. Das ganze Album ist wirklich, wirklich, wirklich großartig, ja. Wir haben es geschafft. Wir sind im Jahr 1987 angekommen. Ich habe eine komische Brille, eine komische Brille mit ganz großen Gläsern. Das muss 1987 sein, ja. Welche Musik könnte denn dazu passen? Da könnte eigentlich Sister, das vierte Album von Sonic Youth, dazu passen. Ich nehme dieses Album aus verschiedenen Gründen. Der erste ist ein missionarischer Grund, den ich immer wieder gerne bemühe. Das ist, weil ich daran erinnern möchte, dass jetzt im Jahr 1987 die Musik nicht nur aus dem besteht, was wahrscheinlich in 30 Jahren im Fernsehen und auf allen Radiostationen immer noch zu hören ist. Der zweite Grund ist, es ist ein wichtiges Album für Sonic Youth, weil es nach drei Alben, die im Rückblick eher wie die Suche nach einer musikalischen Identität gewirkt haben, Das erste war, dass in Ansätzen den Sound begründet, den Sonic Youth dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren zu Alternative-Rock-Helden machen. Was diese Musik so besonders macht, ist der Wall of Sound aus alternativ gestimmten Gitarren und modifizierten, bearbeiteten Gitarren, der Gegensatz von Noise und ruhigen Passagen, das Feedback als musikalisches Stilmittel und die komplette Abwesenheit von Blues-Einflüssen, auf denen ja die gesamte Popmusik beruht. Wer es nachhören will, soll sich den Track Pipeline-Killtime anhören. Da sind alle Zutaten drin, von denen ich gerade gesprochen habe. Und ich glaube, dass in ein paar Jahren Sonic Youth zumindest in der Alternative-Rock-Szene anerkannt sein werden und dann auch ihre 15 Minuten Mainstream-Rufe genießen. Interessant, dass auch hier Science-Fiction-Romane eine Rolle spielen, wie auch schon vor fünf Jahren bei Oppenheimer Analysis. Denn einige Songs wie zum Beispiel Schizophrenia sind an Philip K. Dick-Romanen angelegt. Das war mir so auch noch nicht bewusst. Dick hatte auch eine Zwillingsschwester, die bei der Geburt verstarb, sein ganzes Leben lang eine Rolle spielen sollte. Das ist so angelehnt an einigen Songs auf der Platte. Ich selber werde mit Sonic Youth, so wie es aussieht, erst sehr, sehr spät im Büro rumkommen, so Ende der Nuller Jahre. Und wenn mich dann mein Last-FM-Profil nicht belügen wird, habe ich in dem Jahr aber sehr viel Sonic Youth gehört und danach irgendwie nicht mehr. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Ich erinnere mich aber kaum daran, Sister gehört zu haben und auch nicht so richtig an den Einfluss der Platte. Mich würde interessieren, gehen wir mal davon aus, dass alles seine gewohnten Bahnen verlaufen wird. Dann wird ja Anfang der 90er Jahre ja auch sowas wie Grunge in den USA ein sehr, sehr großes Thema sein. Welche Rolle haben denn in dem Bezug auch Sonic Youth gespielt, beziehungsweise auch ein Album wie Sister? Oder hat Sonic Youth gar nicht in eine solche Richtung irgendwie den Weg geebnet? Und wollten sie auch später nicht so, sie wollten ja später wahrscheinlich nicht mehr so wirklich was davon wissen von dieser Musik. Aber war denn so ein Album wie Sister trotzdem für einige dieser Bands ein Einfluss? Ich glaube, dass die Band als Ganzes sehr, sehr respektiert war von den späteren Grunge-Bands von Nirvana. Sonic Youth haben Nirvana mit auf Tour genommen in ihr Vorprogramm. Obwohl die Musik auf Sister und auch die spätere Sonic Youth-Musik nichts mit Grunge eigentlich zu tun hat. Kim Gordon sollte dann später in ihrer Biografie schreiben, dass sie einen raueren, direkteren Sound haben wollten, als sie für Sister ins Studio gegangen sind. Warum glaubst du, gab es da diesen Wunsch? Gerade in Bezug auch auf zum Beispiel Daydream Nation oder so. Was meinst du, war wohl so der Hintergrund, um zu sagen, wir wollen jetzt dieses rauere Album haben? Ich muss sagen, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Aber gut, wenn sie es sagt, dann wird es wahrscheinlich stimmen. Ich finde eigentlich die anderen Alben, also die davor, viel rauer und viel punkiger. Ich finde, Sister ist so das erste Album, bei dem man auch die Songs bemerkt. Vorher war es eher so noisy und man hat mehr so aufs Ambiente geachtet. Und das ist für mich das erste Album, auf dem auch Songs drauf sind, die man unter Umständen sogar nachpfeifen kann. Aber rau ist es natürlich trotzdem, wenn man vergleicht, was sonst noch 1987 erschienen ist. Cool, ich glaube, wir sind in den 90ern angelangt. Wir müssen jetzt Anfang der 90er sein. Die gute Zeit. Ich sehe irgendwelche Leute da, Moment, was ist denn das da auf der Straße? Die tanzen da irgendwie laut und hören so laute, wummernde Musik. Was könnte das denn sein? Ich kann die ganz schlecht sehen, weil ich so eine blinkende Sonnenbrille trage. Verdammt, ja. Warte, ich mache nochmal sonst ein bisschen Licht mit meiner Lavalampe. Aber das sollte Techno sein. Das passt, glaube ich, ganz gut. Denn das Album, über das ich jetzt sprechen möchte, ist ein Album, was definitiv jeder Lovebrite gut getan hätte. Es ist Selected Ambient Works 8592 von Apex Twin, über den wir, finde ich, irgendwann mal wirklich mal eine eigene Folge machen sollten. Es ranken sich ja viele Geschichten um Richard D. James, um Apex Twin, einen Musiker, den ich sehr schätze. Du, glaube ich, ja sowieso auch. Es gibt auch viele unwahre Geschichten über ihn. Es gibt ganze Videokompilations, in denen er nichts anderes macht als lügt. Zum Beispiel, indem er halt zehnmal auf verschiedenste Art und Weise den Namen Apex Twin erklärt. Und das ist jedes Mal eine andere Antwort. Aber fest steht, seine Musik war prägend. Für die folgenden Generationen wirkt prägend sein. Für viele MusikerInnen der elektronischen Musik im Allgemeinen, aber auch Haus, Techno und Rave im Speziellen. Und viele Dinge, die wir dann in den späteren Track 17 folgen, seitdem es uns wirklich gibt, besprechen, haben von ihm gelernt. Das kann man nicht anders sagen. IDM, Intelligent Dance Music, so die etwas holprige, aber auch der augenzwickernde Versuch, diese Home-Listening-Alben, die aufkamen, zu beschreiben. Und ja, das sollte für James erst das Album herhalten, was fairerweise eher eine Compilation ist. So sind aber, glaube ich, die meisten seiner Platten angelegt. Auch das in weiter Ferne liegende Syro wird ja eigentlich nur ein Album sein, bestehend aus jahrelangen gesammelten Einzelsongs. Davon merkt man hier aber überhaupt nichts. Das fließt ja alles so wunderbar ineinander. Selected Ambient Works, die erste. Soll der Legende nach auch von Kolleginnen und Freundinnen zusammengestellt worden sein, denen er im Laufe der Zeit immer wieder Tracks vorgespielt hat. Und eben auch Tracks beinhalten, die er mit, weiß ich nicht, 15 oder so in seinem Zimmer gebaut hat, als er schon begonnen hat, als DJ zu arbeiten in Cornwall. Was auch immer wie davon stimmt, ist erstmal zweitrangig. Ich glaube, wichtig ist, dass dieses Album meiner Meinung nach, nicht nur meiner Meinung nach, aber das soll hier mal gesagt sein, zu den besten Platten aller Zeiten gehört. Ich, äh, ich liebe die sehr. Es ist auch nicht nur dieser Classic Ambient, wie man ihn vielleicht heute meist versteht, ne? Also diese beatlosen Flächen, die so behutsame Atmosphäre aufbauen und wie das dann später bei, äh, Volume 2 dann irgendwie passieren soll. Es sind oft so sanfte House- und Techno-Tracks, Asset-Techno spielt eine Rolle, aber überall ist so eine sehr groovige Leichtigkeit drin, auch bei all dieser Rauheit auch, weil, äh, er macht seine Maschinen selbst, seine Controller, an den Synthesizern, an allem schraubt er rum. Seine Sounds werden teilweise auf völlig runtergerockter und ewig neu zusammengebauter Hardware komponiert und gefunden quasi. Und dadurch entsteht trotzdem so ein sehr, sehr tiefer, ja, so ein, so ein, so ein musikalischer, eiskalter Gletscher, den er hier so errichtet. Ich habe immer sehr, sehr kalte Farben vor Augen, wenn ich das höre, gerade wenn ich den ersten Track Extal höre, den vor allem. Und das ist so eine sehr traumwandlerische, wunderschöne Musik. Und wenn ich diese ganzen Spuren dann auch höre in diesen Tracks, die in den nächsten, äh, 30 Jahren überall zu hören sein werden, alles, was Asset House, Techno, Ambient, alles, was damit irgendwie zu tun hat, dann, äh, komme ich wieder nur ins Schwärben. Das ist ein ganz, ganz großes Album. Das wäre auch meine Wahl gewesen für das Jahr 1992. Ähm, Ambient in der Variante von FX Twin und das ist halt eher, wie du gesagt hast, eher so Ambient, Techno. Also, die meisten Tracks haben einen Beat, es gibt starke Einflüsse aus House, Asset House, Hip-Hop und dem, was man dann später Electronic Listening nennen wird. Ähm, was auffällt, ist die Melodieseligkeit der meisten Tracks, weil der FX Twin immer wieder als der musikalische Berserker gesehen wird, der, äh, nur draufknüppelt. Ich meine, die Tracks gibt's ja auch fairerweise, ne, der hat ja sehr neusige Sachen auch gemacht, aber auf den Alben halt eher weniger. Genau, genau. Und, ähm, was auch noch auffällt, ist, äh, welchen Einfluss dieses Album auf die elektronische Musik haben wird. Und, äh, es hat nicht nur viel zur Popularisierung von elektronischer Musik außerhalb der Inner Circle beigetragen, ab da wussten auch die Indie-Typen, dass Techno und House nicht unbedingt nur, äh, der Soundtrack zu Drogenpartys sein müssen. War das 92 auch so? Ähm, ähm, hast du das auch so dann, dann wahrgenommen, dass das dann jetzt auch anders gehört wurde? Weil, ich meine, so lange gab's Techno ja dann auch noch nicht, ne? Also, es war wahrscheinlich noch, noch alles undefiniert so ein bisschen, oder? 92 wahrscheinlich noch nicht, aber, äh, so zwei, drei Jahre später, da war das so. Also, da war FX Twin ein Begriff auch in, 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 in die Kreisen. Mhm. Aber, als das Album erstehen ist, ist ja auch sein Debütalbum, äh, da haben die, da haben die das noch nicht, äh, gecheckt. Mhm. Meine Brille ist jetzt ganz schmal. Okay. Das heißt, wir sind wieder ein bisschen weiter. Ähm, ich glaube, nächstes Jahr werde ich den Drang haben, mir einen langen Ledermantel zu kaufen. Echt? Dann, dann haben wir jetzt 1997. Vor ein paar Jahren, also 1995 so, ist, äh, Drum and Bass langsam groß geworden. Und, ähm, da hatte ich das Gefühl, eine total neue Musik zu hören, die komplett traditionsfrei entstanden ist, obwohl es nicht so ganz richtig ist. Aber, äh, es ist nicht so, dass, äh, wie beim Bluesrock, äh, Blues mit elektrischer Gitarre gespielt ist. Es war eine neue Musik. Und, ähm, es war auch eine aufregende Zeit, weil ich das Gefühl gehabt habe, es geht was voran und ich bin Zeuge davon. Und, äh, Drum and Bass war nicht unbedingt, oder ist auch heute noch nicht unbedingt die Musik für das Albumformat. Ähm, aber, ähm, New Forms von Ronnie Siles, Represent, äh, war nach Timeless von Goldie, das zwei Jahre vorher erschienen ist, ähm, das andere Major Drum and Bass Album der 90er Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass Timeless in 30 Jahren nicht mehr so Timeless sein wird, aber, äh, New Forms wird man dann wahrscheinlich immer noch sehr gut anhören können. Ähm, das große Verdienst des Albums ist, dass, ähm, zwei große Drum and Bass Schuhen vereint werden, die, die harten metallischen Breakbeats und eine Uncheesy Jazziness. Äh, äh, das wird sehr gut repräsentiert in, äh, Brown Paperback, einem Song für die Ewigkeit. Also, den kannst du heute noch, ähm, auflegen und, ähm, die Leute drehen durch. Ähm, ähm, es stehen Samson. Templer und, äh, elektronische Klangerzeuger gleichberechtigt neben Live-Instrumenten. Viele Tracks haben diesen elastisch klingenden, funky Bass von Brown Paperback, der ein echter Kontrabass war. Und, äh, selbst die Tracks mit Gesang sind voll okay, weil die Mainstreamisierung, äh, mit souligen Gesang hat ja dann schließlich für ein schnelles Ende der, der Underground Creability von Drum and Bass gesucht. Und, äh, äh, ich glaube, wenn Ronny Siles sein nächstes Album rausbringt in drei Jahren und es vielleicht In The Mode nennt, äh, dann wird meine Liebe zu ihm erloschen sein. Ich hab noch nie von der Platte gehört vorher. Ähm, find's insofern echt interessant, wie das 1997 aussieht, als sich auch dieses ganze, äh, Homelessenden Ding, auch was elektronische Musik angeht, die jetzt auch nicht nur in den Clubs stattfinden soll, äh, dass das dann auch, äh, so diese ganzen Acid Jazz und New Jazz-Richtungen mit ausgebildet hat. Und ich finde, mein Eindruck dieser Platte war, dass sich eben Drum and Bass und so New Jazz hier so ein bisschen vermengt in Teilen. Also, so Mowax meets Inner City Life so ein bisschen, war so mein Eindruck erst mal. Und fand das dann sehr spektakulär, ehrlich gesagt, sogar, um mal bewusst dieses Wort zu benutzen, dass die Platte den Mercury Prize gewonnen hat, 97. Also, dass diese Platte auch für das Genre eine Art Durchbruch in Anführungszeichen gewesen ist, den vermutlich nicht jeder, der Puristen so hat, haben wollen, aber früher oder später passiert sowas eben. Und dass ein so junges Genre dann ja auch, also, ich spreche jetzt noch von elektronischer Musik, aber 1997 war es ja schon längst so, dass ja viele, viele, äh, schon sehr ausdifferenzierte Genres vorgefunden haben. Und dass selbst diese ausdifferenzierten Genres sich dann quasi in den, äh, Quote-unquote Mainstream hineinkämpfen konnten, ist erst mal schon mehr als nur eine Randnotiz. Also, das finde ich schon bemerkenswert, ähm, dass das 1997 dann auch schon so gewesen ist, als wir natürlich aber auch längst in den, äh, in den Charts, äh, sehr viele Dance-Einflüsse hatten. Und gerade im UK natürlich auch, äh, durch so Sachen wie, wie Two-Step oder sowas, das sich ja auch viel in viele Pop- und R'n'B-Tracks hineingeschlichen hat, dass das alles erklärbar so ein bisschen ist, wie das funktioniert hat. Aber das ist schon recht interessant, fand, ähm, bei der Recherche auch ganz cool, dass er selber gesagt hat, ähm, äh, wie er sich so seine Crew zusammengesetzt hat, diese Represent-Crew, dass das alles auch so Figuren sind, äh, rund um Bristol, glaube ich, ne, ähm, die alle so in der Musik, äh, verwurzelt sind. Und dass er immer dann wusste, dass ein Track funktioniert, wenn er ihn, wenn er diesen im Auto hat spielen können, laut, und, äh, wenn aufgrund, äh, des Basses und sonst was die Leute draußen mit dem Kopf geschüttelt haben. Dann wusste er, okay, hier ist was. An dem Track, äh, sollte ich weiterarbeiten. Und, ähm, im, äh, dritten Track, auf dem, äh, Bahamadia rappt, den wollte, da wollte er erst Guru haben von Gangster. Er wollte den Track nicht haben, hat gesagt, hier, äh, nimm meine Kollegin hier Bahamadia und sagte dann später, und ich finde, wenn man's weiß, hört man's so ein bisschen, äh, hört euch den Track New Forms auch mal an. Er hat nämlich gesagt, dass sie überhaupt nicht, äh, im, im Takt und im Rhythmus, äh, auf dem Ding rumgerappt hat und es überhaupt nicht gut klang. Und deswegen hat er jedes einzelne Wort auseinandergeschnitten und, ähm, wieder draufgelegt, dass es einigermaßen passt und teilweise auch, äh, ihre Stimme mit einem Echo versehen oder irgendwelche Silben langgezogen und so, dass es irgendwie passt. Und wenn man das weiß und sich den Track nochmal anhört, äh, dann hört man das auch so ein bisschen. Was man nicht hört, ist, dass er mit Leuten gearbeitet hat, die auch die Spice Girls produziert haben. Vielleicht erklärt das aber auch so ein bisschen den, äh, den weiterführenden Erfolg an der Nummer, ja. Das ganze Land, Albert, es weint, es singt und es weint, es singt, es gibt nur einen Rudi Völler, während wir da draußen gerade Hermann Grönemeyer noch Mensch singen hören und, äh, wir sehen einen traurigen Oliver Kahn am, äh, Torpfosten sitzen. Wir sind angekommen in den neuerer Jahren. Wir sind angekommen im Jahr 2002. Ich glaube, wir, äh, mogeln uns so langsam wieder in Richtung Gegenwart. Ich glaube, wir machen alles richtig soweit. Und wir sprechen jetzt über ein Album, was ich auch sehr, sehr schätze und sehr mag und nutze diese Gelegenheit gerne, um, äh, darüber zu sprechen. Es ist Arrhythmia vom Anti-Pop-Konsortium. Wenn du ein Rap-Album auf Warp erwartest, dann erwartest du ein bisschen was anderes, glaube ich. Und Arrhythmia beschreibt so eine Art Herzsprung, also when your heart skips the beat, so ein bisschen. Und ich würde nicht sagen, dass Arrhythmia per se ein Album ist, das das macht, aber es ist so eins für Hip-Hop, glaube ich. Weil Rap hat zu diesem Zeitpunkt noch alle Optionen offen und Möglichkeiten noch offen, die elektronische Musik schon längst hatte. Ich würde sagen, in den späteren Jahren wird sich Rap-Musik trotz einiger Entwicklungen immer weiter verdichten. Und auch auf, ähm, Underground-Labels und auch, äh, mit Underground-KünstlerInnen schon sehr, ja, dass sich da so ein gewisser Stil immer wieder herauskristallisieren wird, der sich sicherlich entwickeln wird. Aber es gab auch eine Zeit, da war das Ganze noch ein bisschen ausdifferenzierter. Und ich glaube, das Anti-Pop-Konsortium gehört zu dieser Zeit und ist so eine der letzten Bands aus dieser Zeit. Äh, 2002 hat man vielleicht nicht mehr so viel von Conscious Rap gesprochen, wie so in den 90ern, als auch so Jazz-Rap so eine große Nummer war, der sich so ein bisschen auf der anderen Seite, auf der anderen Seite vom Gangster-Rap oder so etablieren wollte. Aber wenn, äh, APC auf Warp erscheinen, dann, ja, ich glaube, dass man dann auch zu dieser Zeit, 2002, so ein bisschen auch was anderes erwartet hat, so ein bisschen Elevated-Rap, um so ein bisschen zu zeigen, so, wow, jetzt ist jetzt die erste Rap-Platte hier bei uns. Es ist eine amerikanische Rap-Crew, die hier im UK veröffentlicht. Und das hat auch, glaube ich, Gründe. Also im UK nahm man, äh, die Amerikaner dankend an, weil so dieser elektronisch anmutende, bleepige, experimentelle Rap-Sound, der lehnte sich sehr passend an Sachen wie Grime, aber auch so Two-Step oder auch so, so bassigen Sachen an. Es gibt zum Beispiel den Track, äh, Tron Man. Äh, da gibt's am Anfang so ein kleines Instrumental. Also dieses, dieses Intro, das wäre auf Instrumental eben als Instrumental auf einer FX-Turn-Platte auch nicht groß verkehrt. Und weil wenig so klang, hat es diesem Genre nochmal so einen letzten kleinen Kick für die Nullerjahre gegeben. Vielleicht auch für Musik, die dann später auf, äh, Stones, äh, Throw herauskommen darf. Und meilenweit von allem entfernt ist, was so zum gleichen Zeitpunkt zum Beispiel durch, durch Leute wie 50 Cent oder G-Unit dann endgültig auch im, im Mainstream der Nullerjahre irgendwie, äh, passiert. Und ich hab jetzt, wo ich die Platte nochmal gehört habe, ähm, wirklich bereut, dass ich das in den letzten Jahren einfach zu selten gemacht habe, weil ich mag's sehr, sehr gerne. Und wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass du ja Rap oder Hip-Hop eher magst, wenn's nicht unbedingt wie eben jener klingt, wenngleich das natürlich auch alles immer sehr unterschiedlich sein kann. Deswegen, äh, bin ich echt darauf gespannt, was du zu dem Album sagst. Ähm, ich hab ja ein Fable für Alternative Hip-Hop. Und dieses Album ist ein wunderbares Beispiel dafür. Es ist sehr musikalisch, es würde super auch als Instrumentalversion funktionieren. Ich weiß nicht, vielleicht hat's die ja sogar gegeben, gibt's ja öfters mal dann als, äh, White-Label-Vinyl, die Instrumentalversion. Ja. Ähm, die Musik ist sehr experimentell, natürlich elektronisch erzeugt und die Musik ist genauso wichtig wie die, wie die Raps. Ähm, ich erinnere mich an das Album. Aber nur, ähm, aus einem komischen Grund. Also, ich hab das, ähm, Album besessen, als CD damals natürlich. Und ich hab's wahrscheinlich nicht oft angehört, weil ich's heute in der Vorbereitung, äh, wie ein komplett neues Album wahrgenommen hab. Und, ähm, es ist wirklich sehr, sehr gut. Und, ähm, ich empfehle zur Vertiefung, ähm, die Musik von Executioners, Company Flow und Dialect. Hört euch das alles an. Das ist, äh, ähnlich crazy Hip-Hop. Wie die Beats auch so ein bisschen die Raps bestimmen, mag ich's ja gerne. Es gibt einen Track, der heißt Mega. Und das ist so ein, so ein richtig gedrungener, so bliebender, so ein Snapbeat mit so einem Computer-Funk-Ansatz. Und der verhindert so ein bisschen, dass es so richtig, so einen richtigen Chorus irgendwie gibt. Und ich, es gibt auch so einen Track wie Ping-Pong, der klang, also bis zu Flying Lotus irgendwann, äh, am Start ist, wird kein Tischtennis-Einsatz in der Musik jemals wieder so cool klingen. Du hast diese, diese metallischen Nicht-Beats irgendwie, äh, die wirklich so ein bisschen bestimmen, finde ich, wie die Raps funktionieren. Und so weirdier, spacige Instrumentals und dann eben auch Hooks, die keine sein dürfen, weil musikalisch immer irgendwas passiert. Und du nicht einfach, ja, du hast nicht einfach so diesen einen Beat, der so durchläuft, sondern ich hab wirklich auch das Gefühl, dass die jetzt Instrumentals für sich funktionieren können, weil da eben auch genug passiert und sich die Raps so ein bisschen daran anpassen müssen. Das ist eben so mein Eindruck gewesen und das ist eine wahnsinnig tolle Platte und über die sollte man viel, 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 viel öfter sprechen und sie auch hören. Ich bin in der Leon-Roth-Straße in München und heute Abend spielen Princeton Dance School in der Registratur. Aber ich bin nicht da. Ich stehe hinter einem DJ-Pult und lege bei einer Firmenfeier 80er-Jahre-Hits auf. Scheiße. Dabei haben wir die 80er doch gerade noch hinter uns gelassen. Genau. Aber macht nichts. Wir sind im Jahr 2007. Ich wähle das Album Princeton Dance School von Princeton Dance School. Der Podcast wird in einigen Jahren eine Folge zum DFA-Label machen, da werden die auch nochmal vorkommen. Ich nehme das Album, weil es in der Endabrechnung 2007 in meinen Jahres-Charts auf Platz 1 stehen. Das ist ein Wort. Princeton Dance School sind ein Duo aus Brighton, das seinen Namen und die Künstlernamen der beiden Protagonistinnen, Tobin Prinz und Susi Horn von Dr. Hans Prinzhorn inspirieren. Lees, einem deutschen Psychiater und Kunsthistoriker, der Anfang des 20. Jahrhunderts eine Sammlung mit Malerei von psychisch Kranken aufgebaut hat. Dieses Album erschien im Sommer 2007 zu einer Zeit, als Mann-Frau-Indie-Duos wie The White Stripes oder The Kills es eigentlich nicht mehr so leicht hatten, weil an sich Indie auch schon langsam vorbei war, aber wo Princeton Dance School selber standen und wie sie zu Indie standen, zeigt meine Lieblingszeile aus dem Song Lawyers Water Chuck. Da singen sie Sie haben von einem Postbank-Fundament aus einen oft schmerzhaften Minimalismus außerhalb der Indie-Comfortzone geschaffen, mit einem Quellen-dominanten Bass, simplen Gitarrenspiel, patschende Drums, Call-and-Response-Gesänge. Die Songs sind trotzdem nicht super einfach, sie haben unerwartete Wendungen, Verschlingungen, Pausen und sie sind strukturell meilenweit vom damals zeitgenössischen Indie entfernt. Und was aber genauso wichtig ist wie die Musik, Princeton Dance School haben ihre Popmusik wieder politisch gemacht, mit einer soziopolitischen Bestandsaufnahme des Großbritanniens der späten Nullerjahre. Und wenige Leute haben das damals zu schätzen gewusst. Ich werde es gesagt haben in unserer DFA-Folge, glaube ich zumindest, dass ich 2007 nicht so viel Zeit mit denen verbracht habe. 2007 wird immer ein ganz, ganz prägendes und wichtiges und gigantisches Musikjahr für mich sein. Bei mir auf Platz 1 wird in diesem Jahr übrigens On & On von Luke Hit landen. Ein Album, was vielleicht gemein hat mit Princeton Dance School, nicht nur, dass beide aus dem UK stammen, sondern auch, dass auch dieses Album kaum jemand oder viel zu wenig Leute irgendwie interessiert oder begeistert hat in dem Jahr. 2007 war nämlich an sich, das finde ich so fasziniert an dem Gegensatz, insgesamt, glaube ich, was so Pop oder Indie angeht, ein relativ lautes Jahr. Du hast ja vorhin schon mal Ed Banger erwähnt, wir sind noch in diesem ganzen Blockhaus-Ding. Es wurde laut, es wurde bunt, so bunt wie vielleicht seit den 90ern nicht nochmal. Und das war auch alles in Ordnung. Ich habe das auch teilweise sehr gerne mitgemacht, habe 2007 aber sonst auch viel so diese schwarz-weiße Dial-Musik gehört. Darüber haben wir in der letzten Ausgabe nochmal gesprochen. Und da hätte eigentlich Princeton Dance School ganz gut zu gepasst, denn es ist wirklich eine minimalistischere Version. Es ist eine farblosere Version im besten Sinne und auch eine recht elegante Version, trotz dieser ganzen Unruhe auch in der Musik. Und das kann ich jetzt auf jeden Fall schätzen. Und das konnte ich zumindest mit den Platten danach schätzen. Also gab es 2015 ein Album, kann das sein? Oder 2016? Es gab noch zwei, ich weiß jetzt nicht mehr. Es gab auf jeden Fall irgendwann Mitte bis frühe zweite Hälfte der 10er Jahre wird es ein Album geben. Das habe ich dann auch sehr geschätzt, weil ich da mir wieder die Zeit genommen habe, da so ein bisschen reinzuhören. Und ja, kann ich nur empfehlen. Also das ist jetzt nicht, kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass wir jetzt zum zweiten Mal in kurzer Zeit in dem Feature Princeton Dance School erwähnt haben. Und das auf jeden Fall auch zu Recht. Ach Albert, da bist du ja. Du kommst mir ja gerade entgegen. Wie geht's dir? Das gibt mir doch deine Hand. Wieso läufst du nicht mit dem Mikrofon rum? Wir stehen uns doch gegenüber. Wie peinlich ist das denn? Naja, egal. Ich glaube, wir sind jetzt hier im Frühjahr, Frühsommer 2012 und sehen uns fast täglich. Wie schön ist das denn? Das freut mich doch sehr. Wir sind beide hier in Berlin, wir sind beide beim Musik Express und wir sprechen viel über Darren Cunningham zum ersten Mal. Wir sprechen viel über Actress. Was für ein schöner Anlass, sich über Musik zu unterhalten. Und in dieser Zeit sollte es auch sein, dass, ja, ich erfreulicherweise mein erstes Album des Monats schreiben durfte direkt. Und das war das Album, über das wir jetzt sprechen, über einen Mann, über den wir schon oft gesprochen haben. Und sollte es jemals einen Supercut über alle Erwähnung geben, darf das hier nicht fehlen. Es geht um R.I.P. von Darren Cunningham von Actress. Eines der Alben 2012 und ein Album, was zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2012 für mich, also im Mai, Juni, eine gigantische Rolle gespielt hat. Vielleicht nochmal kurz, minimal nochmal zur Vorgeschichte, auch wenn ihr das mittlerweile alle wissen solltet. Und Hazyville war so 2008 ein Album, das schrille und humpelnde Beats gegen so eine Wand aus Nebel kämpfen ließ. Und Splash sollte dann 2010 das absolut für mich dekadendefinierende Meisterwerk aus Maschinenfang Techno und Far Out Elektronika ohne jeden Anspruch auf Regelkonformität sein. Ich liebe dieses Album heiß und innig. Und dann ist R.I.P. plötzlich, oder R.I.P., so das schwierige dritte Album aufgrund dieser enormen Erwartung. Und was macht Darren Cunningham? Natürlich, er macht alles anders. Er macht auf keinen Fall ein Splash 2. Es ist ein, der Titel verrät es so ein bisschen, es ist ein etwas düsteres und bedrohlicher wirkendes Album über den Tod. Ein Album, das sich in die Gehörgänge frisst, auf tanzbare Momente weitestgehend verzichten will und dabei so klassischen Hörgewohnheiten dem Mülleimer zuteilt. Es gibt skizzenhaft verrauschte Tracks, die in ihrer eigenen Unruhe so ein bisschen brodeln. Es gibt so einen Irrgarten, den diese Platte aufmacht, in dem man sich zu gern verläuft. Aber es ist eben auch kein Album, bei dem der Ausgang gleich zu finden ist. Aber bei kaum einem anderen macht es eben so viel Spaß, den Ausgang verzweifelt in der Nacht und unter all dem Nebel zu suchen. Es gibt mit Jardin einen Track, mit so mit Störgeräuschen ummantelte Pianomusik ist das. Das klingt, als spiele man so eine alte Kindermelodie über eine abgenudelte Kassette ab. Es gibt die dumpfen Beats in Shadow from Tartarus. Es gibt dieses vorsichtig vor sich hin zuckende Serpent. Oder ein ganz großer Highlight-Track, auch so diese klagenden Nebelschwaden von Caves of Paradise, der beste Beryl-Track, den Beryl nie gemacht hat. Cunningham las vor der Produktion des Albums Das verlorene Paradies, ein Buch von John Milton, einem Philosophen, in dem es sehr, sehr viel um den Tod, um die Symboliken, um das Umgehen mit dem Tod, aber auch um das Leben nach dem Tod geht. Und das hat sehr, sehr viel dieser Musik beeinflusst. Und diese Platte ist aber auch unabhängig von dem Kontext ein Meisterwerk in its own right und eines der ganz, ganz großen Kapitel in dieser großen Diskografie von Actress. Was ich an Actress so metamäßig mag, ist bei R.I.P. zum ersten Mal so richtig zum Vorschein gekommen, dass er mit seiner experimentellen Musik eigentlich allein dasteht und mit den Zeitgenossen, mit denen er oft verglichen wird, Beryl und damals sogar James Blake, eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Und die Schubladen in der elektronischen Musik, die haben 2012 Beats gebraucht. Und R.I.P. kommt fast ohne Beats aus. Wenn mal welche da sind, dann sind sie eher so sounddekoratives Beiwerk, aber nicht das Hauptstilmittel, um das sich alle anderen Sounds und Effekte drehen. Die Tracks sind stilistisch so unterschiedlich, dass man kaum sagen kann, das Album ist von dem und dem beeinflusst, was wir ja immer gern machen, sondern man ringt praktisch bei jedem Track um Vergleiche und oft sieht man, dass es gar keine Vergleichsmöglichkeiten gibt. Manches klingt aber wie elektronische Minimal Music, anderes wie die dunkle Seite der Berliner Schule, wieder anderes ist sehr verspielt. Die Tracks sind einerseits sehr abstrakt und dann doch auf eine andere Art sehr organisch. Ja, ich finde das immer noch nach all den zwei Monaten, seit es erschienen ist, ein hervorragendes Album. Ich finde es auch geil, dass man dann so Sachen gelesen hat wie R'n'B konkret und ich weiß nicht mal, was Musik konkret ist. Es klingt so geil und es passt bestimmt, weil es irgendwie kunstvoll klingt und wichtig und auch elevated und als gehöre es in die gleiche Schublade wie Intelligent Dance Musik. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich freue mich immer, wenn ich das als das bezeichnen kann, weil dann auch keiner fragt, ja, was ist das eigentlich, sondern weil alle dann, ja, 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 natürlich. Klar, das ist es. Und man nickt sich so wissend zu, aber man weiß auch, okay, die andere Person hat wirklich keine Ahnung. Und Hauptsache man hört dieses Album, das ist wirklich fantastisch. Das stimmt. Ich glaube, so ganz, so ganz rauschend im Hintergrund vernehme ich gerade unsere allererste Folge. Ich glaube, wir reden gerade über Laurel Halo. Das ist irgendwie der Spätsommer 2017. Das ist unsere wahnsinnig mies klingende erste Folge. Und ich glaube, wir kommen so langsam, ich glaube, wir kommen so langsam wieder. Könnte es, könnte es sein. Weiß ich nicht genau. Puh. Muss mal gucken. Ich schaue mal, warte, ich gucke mal, ich schaue mal gerade auf den Kalender. Ich glaube, es stimmt. Wir sind im Jahr 2022, Albert, wir haben es geschafft. Ja, ich habe ein hypermodernes Podcast-Mikrofon vor mir. Ja, krass, wir sind wieder da. Das ist ganz gut. Aber fuck, ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit. Scheiße, wir sind jetzt schon Ende. Wir sind schon Ende 2022. Oh Gott, hörst du das? Das ist ein Hardstyle-Remix von Running Up That Hill, der die Plätze 1 bis 100 der Jahrescharts 2022 in allen Ländern belegt. Fuck, ich glaube, wir haben was ganz Schlimmes gemacht, Albert. Oh Gott. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir das wieder hinkriegen. Vielleicht schaffen wir das ja bis zur nächsten Folge. Ach du Scheiße. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Bis dahin, danke fürs Zuhören und tschüss. 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 Tschüss.